Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch, ich muss mal den Karton hier runter machen, so für die Folie und so, zum neuen Unboxing in der Devolo-Reihe, wir haben schon das Home Control Center Starterpaket ausgepackt und wir haben den Rauchmelder ausgepackt, zum Rauchmelder wird es doch kein Hardware Check in der Form geben, weil ich muss ja, ich habe sie testet, ich muss den ja erstmal mit dem Smart Home Control verbinden, um da auch eine Einstellung machen zu können, um zu gucken, ob der an ist oder ob er im Testmodus ist, ob er aus ist und deswegen wird es dann alles separat kommen. So, wir nehmen uns jetzt als nächstes den Thermostat vor, den werden wir jetzt auspacken, das ist der Heizungsthermostat, beziehungsweise, ja doch, heißt doch Thermostat, zum Ab- und Zudrehen der Heizung. Gucken wir uns an, was da drin ist. Einmal ein Heft, noch ein weiterer Karton. So, dann haben wir den Tisch, können wir auch wegpacken. Na, komm her. Einmal das, das, das. So, und das war es auch schon. Mehr ist da jetzt nicht drinne. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich im Hardware-Video wieder, wo wir uns das Ganze nochmal angucken werden, auch Batterien schon mal drin machen werden und gucken, wie das alles läuft. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin. Einmal das, das Ganze war. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020